ja willkommen zu einem weiteren liegt video beziehungsweise news video von mir und heute habe ich jede menge videos rausgebracht also wenn ihr dieses video seht einfach mal meinem channel nach emote skins alles in game mit sound schaut euch ruhig mal ein paar videos an richtig nice auf jeden fall und ja ich würde sagen wir kommen zum thema von heute wie am titel schon gesehen hat und zwar geht es um hime denn hime hat ein update bekommen und hat jetzt drei verschiedene stils die ich euch jetzt gerne mal zeigen möchte also jetzt blende ich euch mal kurz die hime styles an hier seht ihr die drei verschiedenen ja ganz rechts ja der standard so wir haben so wie man den vorher kaufen konnte und links seht ihr dann sozusagen diese blende vorneweg bzw diese maske vorneweg diese katzenmaske ist ja alles so ein bisschen auf japanische alte kultur mit einer mischung aus katze sozusagen gemischt und da ist halt diese katzenmaske weg und in der mitte halt dann ohne helm was ich persönlich richtig nice finde hätte ich das vorher gewusst hätte ich mir wahrscheinlich die geholt und nicht die männliche version ich habe nämlich musa die männliche version gekauft auf jeden fall gibt es bisher drei verschiedene styles die man aussuchen kann wenn ihr das hat gekauft ob das heißt also nicht ab jetzt sondern auch tatsächlich rückwirkend was ich ziemlich nice finde wie gesagt das sollte epic viel öfter machen auch bei anderen skins meiner meinung nach sobald da jetzt noch irgendwie was bekannt werden sollte über himmel dann werde ich da eventuell noch mal ein video darüber bringen und euch bescheid sagen aber was ich viel wichtiger finde oder worüber ich mal eure meinung hören möchte ist ihr habt ja wahrscheinlich auch jede menge skins in euren spinn drin oder in euren locker drin und ich würde gerne mal wissen welchen skin hättet ihr gerne editierbar beziehungsweise so wie hier mir jetzt in dem fall dass ihr verschiedene styles rückwirkend bekommt dass jetzt mal ich mir einen helm ablegen könnte oder sowas schreibt mir bitte in die kommentare würde mich mal interessieren ja somit bin ich auch schon am ende meines kurzen info videos das ging jetzt hier rein um himmel wenn euch das video gefallen hat lasst ein like da lasst ein sub da und vergesst nicht die anderen videos vielleicht abzuchecken da sind sehr sehr interessante themen bei neue skins neue e-mails und so weiter und ja ansonsten lasst ein like da lasst ein sub da würde mich sehr freuen und dann hören wir uns im nächsten video also bis dahin ciao